Ich weiß nicht, was der Daumen da festhalten soll oder in welche Richtung er die Waffe dann stabilisieren soll, aber ihr könnt hoch, ihr seht meine Daumen, die berühren jetzt nicht zwingend den Verschluss hier, aber ich bin ungefähr auf Höhe von dem Verschlussfanghebel hier. Das wäre die Höhe. Das mit dem Daumen runterdrücken. Habt ihr eine Idee, wo das herkommt, weil viele können das nicht abstellen. Habt ihr eine Idee, warum ihr den Daumen runter macht? Wenn ich mich festhalte, also so einen Faustschluss, so einen Faustgriff mache, schaut mal, was mein Daumen macht.